ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge train sim world 5 der dennis spielt das zu folge vier heute fahren wir mal mit dem ic1 steuerwagen expert hier auf dieser strecke von fulda nach frankfurt die komplette strecke habe ich mir gedacht machen wir das einfach mal mit diesem wunderbaren zug den gibt es kann man hier nicht offiziell für die strecke auswählen aber ihr wisst ja dank des features kann man die züge ja hier hinsporn und ich habe gedacht wir machen heute meine wunderschöne tour hier auf dieser strecke mit diesem wundervollen zug fahren die komplette strecke von fulda nach frankfurt und ja dazu heiße ich euch herzlich willkommen lebt euch zurück genießt das video und ich hoffe ihr habt spaß ich habe soweit die route schon gelegt wir haben grün wir brauchen eigentlich nur noch die türen schließen und losfahren ich würde sagen das machen wir und ja auf geht's so schließvorgang eingeleitet wunderschön da würde ich sagen auf geht's ach ja eigentlich müssen wir aber jetzt losfahren eigentlich müssen wir also funktioniert doch vielleicht die bremsen nicht richtig gelöst oder irgendwas zu befreien natürlich sie verdrücken dann haben wir 88 kilometer bis frankfurt am main wunderschöne 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 so 100 nach fürs erste das wird sich aber jetzt jeden moment ändern und denkt dran freitag 20 uhr 45 live stream zu zu release von tsb 5 ich hoffe ihr seid zahlreich dabei wie gesagt freitag den 13 9 2024 20 20 uhr 45 ich hoffe dass das kein schlechtes omen ist der tag der drei freitag der 13 aber ja ich sag mal so wenn keine aber glaube ich ist dann sollte da alles gut gehen ja also wie gesagt freitag der 13. ist hinter 20 uhr 45 ich bin echt mal gespannt wie schnell wir hier fahren dürfen auf dieser strecke also 60 ein bisschen die geschwindigkeit halten müssen wir ein bisschen aufschalten so 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 das dürfte genügen hoffe ich das dürfte einigermaßen passen sonst müssen wir noch ein bisschen wegnehmen so 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 wunderschön 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 Da fahren wir einmal die komplette Strecke, das erste Mal. Mit Frankfurt fahren wir dann am Bahnsteig 11 dran. Da fahren wir dann am Bahnsteig 11 dran. Also die gute Stunde wird das bestimmt dauern, von Völder bis Frankfurt. Also wenn man jetzt so im Durchschnitt 160 fährt, schätze ich mal, dass das wohl so eine gute Stunde dauern wird, 80 Kilometer. Das ist natürlich nicht mit Kassel-Würzburg vergleichbar, da sind ja Kilometer ähnlich. Hier sind es 88, bei Kassel-Würzburg sind es ungefähr 86. Oder es sind sogar 86, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da fällt man natürlich höhere Geschwindigkeiten, um einiges höhere Geschwindigkeiten als jetzt hier im Moment. Deshalb wird das hier natürlich ein bisschen länger dauern, da gehe ich mal von aus. Wunderschön, wunderschön. 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 so schauen wir mal wie das wetter sich hält ich habe mal dynamisches wetter gelassen wir haben gleich rot was hat das zu bedeuten das ist jetzt eher weniger schön so so So, jetzt hat sich das auch erledigt. Trotzdem sind wir jetzt erstmal unter Beeinflussung, ich glaube da fährt auch ein IC, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ist das ein RE? Da ist ein RE, ok, können wir uns befreien, gut, können wir wieder aufschalten. So, welcher Bahnhof ist das denn hier? Äh, was ist das denn hier? Äh, was ist das denn hier? Au, ich bin ja viel zu schnell, au und rot, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ich habe da irgendwie die Namensschilder vergessen von dem Bahnhof, weil ich habe keinen gefunden. oder nicht, wir müssen zurück. Vielleicht könnt ihr das Video nochmal anhalten, dass ihr da irgendwo ein Ortsschild gesehen habt, ein Namensschild, beziehungsweise ein Ortsschild, ja Bahnhofs Namensschild, aber ich habe es nicht gesehen, also. Schon wieder rot, wer ist denn da im Weg? Irgendjemand ist uns da ein Weg. Da, vierter. Güterzug. Güterzug. Eventuell müssen wir den gleichen Fernen, damit wir hier ordentlich durchfahren können. Ich eben war es jetzt natürlich zum Glück. Björn, ich warte, ich habe die Weil der Ältons ziemlich aufkader. Ich will den entfernen. So. 10. So. Dann haben wir jetzt entfernt. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt einigermaßen flüssig hier fahren können. Auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Hopbahnhof. 66 Kilometer noch. Wir fahren übrigens den ICE Ersatz 721. Von Fulda nach München. Beziehungsweise von Fulda nach München. Beziehungsweise nicht nach München, sondern nach. Von München kommend nach. Köln Hauptbahnhof. So. Und da sind jetzt noch zwei Tage bis zu meiner Tour. Wieder ins Südliche. Ihr wisst Bescheid. Auf geht's nach oben. Kommenden Samstag. Den. 14.09.2024. Aber zuvor gibt's wie gesagt morgen. den. 13.09.2024. Den Livestream. Um 20.45 Uhr. Auf meinem Kanal. Seid dabei. Der. Stream zum Release. Von TSW5. Ähm. Würde sagen. Dort machen wir dann auf jeden Fall die Analyse. Des. Neuen Teils. Und ähm. Der neuen Strecke. Frankfurt Fulda. Des neuen Fahrzeug TLCs. Und und und. Ihr könnt. Wenn ihr wollt. Ähm. Wünsche äußern. Was wir machen. Wo wir fahren. Mit welchem Zug wir fahren. Ähm. Das ist alles euch überlassen. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare unter diesem Video hier schreiben. Was ihr da so gerne sehen wollt. Ähm. Und da versuche ich das natürlich alles umzusetzen. Also wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt. Ideen habt. Schreibt's gerne unter diesem Video. Da versuche ich das auf jeden Fall umzusetzen. So. Da kommst du einer entgegen. Der ja ganz offiziell auf der Strecke auch gefahren werden kann. So. Nur 20. Also im Moment schon. Dann schleichen wir so ein bisschen hier auf dieser Strecke. Aber ich glaube das ist nur so ein kleiner Teilstück. Das wird sich gleich wieder geben. Auf jeden Fall haben wir jetzt durchgängig grün. Weil wir den äh Güterzug da doch entfernt haben. Nichts gegen Güterzüge. Aber ähm. Der war dann doch schon ein bisschen störend. So. Der Güterzug. Der BR 187 war das glaube ich. Oder 82. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Korrigiert mich bitte. So. Kurz 110. Dann dürfen wir wieder. Die vermeintlich. Oder die vermeintliche Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160. So ein bisschen mitbremsen hier. Fast ein Prozent bergab. So. So. юnderschön. Wunderschön. 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 Machen wir es mal kurz so. Ist sicherer. Wollen wir da gleich irgendwas in die Parade fährt. Das muss ja nicht sein. So, das sieht doch wunderschön aus. Wunderschön. Ach, ist das schön. Wunderschön. Ach, das wollte ich nicht so. Ich komme leider nicht weiter raus hier. Sonst würde ich so von der Seite schön den Zug fotografieren. Aber das ist leider nicht möglich. Also machen wir das einfach so. So, können wir wieder beschleunigen. Wunderschön. So, wir haben hier schon gut Kilometer abgeknabbert. 30, über 30 Stück schon. 88 waren es am Anfang. Jetzt ist es noch 57, 56, 55 gleich. Also es geht. Wir haben jetzt die gute, noch nicht mal eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Also ich finde, das geht. Also ich sage ja, so eine gute Stunde werden wir wohl brauchen. Wenn wir jetzt nochmal 30 Kilometer in gut halbe Stunde, 20 Minuten, dann haben wir ungefähr nicht ganze Stunde auf der Uhr. Und dann sind es noch 20, 25 Kilometer bis zum Ende. Und ja, es werden dann nochmal so 10, 15 Minuten sein. Also da gehe ich mal so knapp von einer Stunde aus, dass wir die wohl brauchen werden. Von Fulda nach Frankfurt und Frankfurt zurück. Wenn wir so durchschnittlich 160 kmh fahren, könnte da ungefähr so von einer Stunde ausgehen. Mit einem RE, wenn man jetzt hier an jedem Bahnhof fällt oder mit einer Regionalbahn, da braucht man natürlich umso länger. Ist klar, logisch. Da braucht man dann auch wohl locker anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem. Wie schnell man dann auch unterwegs ist mit dem RE, aber mehr als 160 kmh wird da auch wohl nicht drin sein. Bei dem RE auf jeden Fall und einer Regionalbahn sogar, vielleicht sogar noch weniger. Also da könnt ihr dann locker anderthalb Stunden, zwei Stunden rechnen, die ihr da unterwegs seid. Realzeit. Das deckt sich ungefähr mit der Streckenlänge und mit der Streckenzeit, also der Fahrzeit von der Strecke Kassel-Würzburg. Wenn man jetzt komplett fährt von Kassel nach, beziehungsweise nicht komplett, sondern von Kassel nach Fulda zum Beispiel, das ist ja ein Weg, auch so wie gesagt 86 km, 87 km. Und wie gesagt, da fährt man natürlich, wenn man jetzt mit einem ICE unterwegs ist, deutlich höhere Geschwindigkeiten. Das ist klar. Also da ist man ja mit 200, 230, 250 teilweise, 280 sogar unterwegs. Da hätten wir hier ja erstmal die Höchstgeschwindigkeit von 160 km fahren. Nur können, mehr lässt die Strecke wohl nicht zu. Das ist die aktuelle Top-Streckengeschwindigkeit. Zumindest jetzt hier bis auf das, wo wir jetzt gefahren sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Aber ja, ihr seht es ja, also mehr als 160 km ist erstmal nicht drin. Und wenn mal Geschwindigkeitsveränderungen kommen, dann eher nach unten als nach oben. Also das kommt natürlich noch da hinzu. Deswegen ist das immer so eine Sache, ob man das wirklich mit der Strecke Kassel-Würzburg vergleichen kann. Weil da natürlich, wie gesagt, deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können. So, wir haben jetzt 140 auf jeden Fall erstmal. Und es wird auf der Strecke Kassel-Würzburg natürlich nicht so oft oder eigentlich kaum. so oft die Geschwindigkeit nach unten verändert. Sondern da hat man die LZB, die wird reingestellt. Und da fährt man da mit 230, 280. Und hier ist man natürlich ständig am Geschwindigkeitsverändern, Geschwindigkeitswechsel. Und das macht natürlich auch noch eine Menge aus an Zeit. Und das macht natürlich auch noch eine Menge aus. So, wo sind wir denn? Welcher Bahnhof ist das denn jetzt hier? Wächtersbach! Wenn euch das was sagt, das ist Wächtersbach. Mir sagt es leider überhaupt nichts. Aber vielleicht habt ihr eine Ahnung. Oder ihr kennt den Ort, wenn ihr aus der Gegend kommt. Mir sagt das leider überhaupt nichts. So, 140 und 130. Schade nur, dass hier so wenig Verkehr im Moment entgegenkommt. Gut, wir hatten einen Güterzug. Wir hatten ICE, haben wir schon gesehen. Diverse REs. Alles kein Thema. Aber im Moment ist auf jeden Fall ein bisschen tote Hose, hätte ich fast gesagt. Aber im Moment ist jetzt so gar nichts los. Na, schauen wir mal. Wir haben noch gute 45 Kilometer. Kann sich ja noch einiges tun. So, im TSW 4 haben wir 179 Folgen. Habe ich da produziert. Im TSW 3 waren es glaube ich nicht ganz so viele. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es da noch waren. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja, ich bin gespannt, wie viel wir jetzt hier in diesem Teil hinbekommen. Ob wir die 200 knacken werden? Aber ich denke mal schon, weil ich glaube ich jetzt nicht so unbedingt in nächster Zeit oder in absehbarer Zeit jetzt glaube ich nicht Teil 6 geplant ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre dem Ganzen doch etwas hoch gegriffen. Von daher gehe ich mal davon aus, was wir in diesem Teil die 200 Folgen Marke knacken werden. Auf jeden Fall. Ah, da kommt mir mal wieder was. Das sieht nach einem RE aus. Justo voraus. So ist es. Sehr schön. Geschoben von der guten BR 114, die ja hier auch offiziell mitgeliefert wird. Wenn ihr ja die Standardedition euch schon besorgt, dann ist die BR 114 mit dabei. Was bei der Standardedition nicht dabei ist, ist der Flix Train, sprich Vectron und deren Reisewagen in Flix Train repaint. Dafür müsstet ihr euch schon die Deluxe Edition besorgen. Was aber in der Standardedition auf jeden Fall dabei ist, ist wie gesagt die BR 114 und natürlich der ICE 3 beziehungsweise ICE-T BR 411 und selbstverständlich auch hier die Strecke Frankfurt Fulda. So, wenn wir ein klein bisschen aufschalten, ein bisschen Anschluss halten an die Geschwindigkeit, die wir fahren können, dürfen. So, das war ein bisschen nach unten. Die Fahrstufe nach unten laufen, ablaufen. So, ich denke, das reicht wohl so. Jetzt kann man die Geschwindigkeit halten beziehungsweise die Fahrstufe. Dann sollte der die Geschwindigkeit ungefähr so plus minus halten. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Streckenbegebenheit an. Wenn es Gefälle ist, starkes Gefälle, ein bisschen natürlich mehr. Logischerweise, wenn es etwas steilberg aufgeht, wird es ein bisschen weniger, aber in der Regel, wenn es eine ebene Strecke ist, dann hält er die Geschwindigkeit. Dann passt das so ungefähr. Ihr seht, inwiefern ist glatt 160, haben weder Gefälle noch Steigung. Ach, wir dürfen 200, ich sag doch, abfahren. Die Strecke ist noch lang. Dann habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas noch kommt. Das ist doch sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch kennengelernt. Also, wenn man von Fulda Richtung Frankfurt fährt, dann sind es die ersten 50 Kilometer, 160 kmh, die Höchstgeschwindigkeit an Strecke, an Streckengeschwindigkeit und so, ja, so ab dem 50. 51. Kilometer wird es dann 200, das ist auch schon gut zu wissen. Das ist doch sehr schön. Aber, ist irgendwo auch logisch, die Strecke war bis jetzt doch schon ziemlich kurvig, an einigen Stellen, sodass wir dann auch schon runter mussten auf 130, auf 110 sogar. Da kann man schon irgendwo verstehen, dass da jetzt noch nicht unbedingt 200 erlaubt waren. Das kann man schon verstehen. Ich nehme mal an, dass die Strecke ab jetzt ein bisschen kurvenärmer wird, zumindest nicht mehr so steil, sodass wir dann auch schneller fahren dürfen. Und wir dürfen nicht vergessen, normalerweise wird die Strecke hier offiziell mit dem ICIT gefahren. Der hat richtig die Neigertechnik. So, jetzt sind wir auch in der LZB, was das natürlich überhaupt nichts bringt, weil der keine AFB hat, aber das war das. So, das können wir aufschalten. Was wollte ich sagen? Genau, der ICIT hat die Neigertechnik, der nimmt die Kurven natürlich auch schneller, ist logisch. Und das haben wir jetzt hier aktuell ja natürlich nicht. Und deswegen mussten wir natürlich an manchen Stellen schon deutlich runter von der Geschwindigkeit. Das versteht sich von selber. Deswegen dauert das natürlich auch ein bisschen länger von der Zeit her. Das sind alles so Faktoren, die dazukommen, was die Strecken oder die Zeit, die man unterwegs ist hier auf dieser Strecke natürlich erheblich beeinflusst, und zwar nach oben beeinflusst, in diesem Fall. Ach, seht man, ein Dreier, oder? Ne, ist das ein T? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? War das jetzt der normale Dreier oder der T? Ist wirklich schwer zu erkennen. Kann man das eigentlich erkennen, den Unterschied zwischen einem normalen Dreier und einem T? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich gehe jetzt mal so davon aus, so wie ich das Spiel kenne, war das wohl ein T? So, 35 Minuten sind wir jetzt gleich hier unterwegs. Geht eigentlich noch, 30 Kilometer noch. Eigentlich liegen wir gut in der Zeit, muss ich sagen. Also ich denke mal viel mehr als eine Stunde sind wir nicht unterwegs, auf keinen Fall. Vielleicht schaffen wir das sogar kurz vor einer Stunde, dass wir vor einer Stunde im Bahnhof einfahren. Schauen wir mal. Kommt drauf an, wie nah wir jetzt hier an der Höchstgeschwindigkeit bleiben. so, das dürfte passen ungefähr. Und dann fahren wir hier schön in Richtung Frankfurt. Sehr, sehr schön. Mit dem IC1-Steuerwagen-Expert. Geschoben von der guten alten BR101. in IC-Lackierung. Als ICE-Ersatz 721 auf dem Weg von München rauf nach Köln-Hauptbahnhof. So, dann haben wir wieder ein paar Geschwindigkeitsbeschränkungen und zwar deutlich nach unten, würde ich mal sagen, von 200 aus gesehen. So, können wir eigentlich jetzt schon mal hingehen. Die Bremse betätigen. Vielleicht kann man sehr, oh, wir haben sogar rot. Ja, gibt es sowieso Zeit. Hat sich gerade erledigt. Trotzdem müssen wir runter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gleich quittieren müssen. Weil wir aus einer hohen Geschwindigkeit runter müssen auf eine sehr, oder sehr weit runter müssen, sagen wir mal so. 100 sogar. Jetzt wird es aber bestimmt ein Gleiswechsel oder Bahnhofsdurchfahrt oder eine sehr steile Kurve. Ich hänge den Namen schon wieder hinterher hier. Ein bisschen steckern lassen. So. So. Die LCB ist zu Ende jetzt, oder? Das ist ja auch egal. Interessiert uns ja sowieso nicht. Hat ja sowieso keine Funktion in dem Steuerwagen. Von daher spielt das eigentlich keine Rolle. So. Deswegen die 110 und gleich die 100, weil das hier doch ziemlich steil ist, wie ihr seht. Mit dem ICET-MT wären wir wahrscheinlich schneller durchgefahren, hätten wir uns hier schön geneigt. Aber da wir den im Moment nicht haben, beziehungsweise nicht, da wir als Idee der Ersatz fahren, müssen wir das halt ein bisschen anders machen. So, kleiner Abstellplatz. Abstellgleise BW, da steht ein Elektron mit dem Güterzug, da stand vorhin eine Quietsche. Das ist jetzt kaputt. Kein Netz. Warum nicht? Hä? Störungsmeldung. Ist das jetzt hier, weil wir die Störungs- Simulation aktiv haben, oder was ist das jetzt hier? Kann man denn jetzt hier nochmal auf die Störungsmeldung drauf? Ging das jetzt nochmal? Wie war das denn jetzt nochmal hier im Steuerwagen? Normalerweise, zack. Wie kann man jetzt nochmal, weiß ich im Moment nicht. Muss man da irgendwie im Steuerwagen die Störungsmeldung sehen? Wir haben aber im Moment kein Netz. Eigentlich dürfen wir ohne GSM nicht mehr fahren, das habe ich spätestens gelernt. Und Frankfurt war das, glaube ich, Mannheim oder so, wo das GSM-Netz ausgefallen ist. Wir dürfen ja sämtliche Züge nicht fahren. Da gab es ja dieses Problem vor ein paar Tagen. Ich glaube, in Frankfurt war das, wenn mich nicht alles täuscht. Symbolieren wir das jetzt gerade? Unabsichtig. Unabsichtlich. Das Problem ist, dass ich gerade ein bisschen Stress habe, weil ich mich um so viel kümmern muss hier. Geschwindigkeit, Sie fahren. Netz GSM nicht verfügbar. Wir sind doch in Deutschland oder vertuhe ich mich jetzt hier? Von Fulda nach Frankfurt, da verlassen wir noch nicht nach Deutschland. Ich denke mal, das ist irgendwie eine Störung hier. Chaos Faktor. Gut, wir könnten das jetzt erstmal ein bisschen aufschalten, ein bisschen Geschwindigkeit hier drauf kriegen. So. Dann versuche ich das gleich mal irgendwie zu neutralisieren, hätte ich fast gesagt. Simulationssteuerung, Kutschschlüsse, interne Fehler zurücksetzen. Tut sich mir leider nichts. Machen wir das einmal so, vielleicht funktioniert das dann. Ist das sich dann wieder eingeroovt? Dann weiß ich im Moment auch nicht, wie ich das beheben kann. Aber wir sind doch, wir können doch nicht das Netz von... Wir können doch nicht das Netz von... Normalerweise kann man doch hingehen, Simulationsphysik zurücksetzen. Nee, ich möchte ja die... äh... ähm... 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 praktisch äh... ähm... Egal, lassen wir das jetzt. Tja, da müssen wir mal ganz kurz anhalten, würde ich sagen, oder? Jetzt müssen wir die Sicherung wieder reinmachen. Dürfen wir so nicht weiterfahren, nützt ja nichts. Dürfen wir so nicht weiterfahren, nützt ja nichts. Sollen wir eben kurz anhalten, bringt ja nichts. Guck mal, ob wir eben einen Fehler haben. Da sind alle Sicherungen drin. Äh... Dürfen wir so nicht weiterfahren. Jetzt haben wir... Okay, das war's. Ich weiß zwar... Okay. Na egal, dann war es halt das. Wäre ich jetzt so nicht draufgekommen, muss ich ehrlich sagen. Wäre ich jetzt so nicht draufgekommen. Warum PGSM? Das ist jetzt irgendetwas, was ich nicht verstehe. Da könnt ihr mich bitte, bitte gerne in den Kommentaren aufklären, was da jetzt Phase ist, warum das so gemacht werden musste, warum das so ist. Äh... Schreibt es ihnen bitte, bitte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich da kurz aufklären könntet. Weil, wie gesagt, da bin ich leider raus. Da bin ich zu wenig mit der Thematik befasst, als dass ich das weiß. Ich glaube, das war's. Es dürfte schon fast Frankfurt Süd sein, wo wir jetzt gerade hier durchgefahren sind. So, 150, 110, 150, das gelbe Vorsignal hat sich dann auch verabschiedet und ist zum grünen übergesprungen. Oder ist das Frankfurt Süd, kann auch hier Frankfurt Süd sein. Ich denke mir, das ist hier Frankfurt Süd. So. 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 dann gibt es gleich noch ein paar Rechtskurven. und dann sind wir am Bahnhof. so. 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 Ja, das ist Frankfurtsitsch, wollte ich auch sagen. So, ein bisschen einsamer werden hier. Wunderschön, haben wir das auch soweit geschafft. Na, war vorm Bahnhof doch noch rot. Oder nicht, oder was? Auf jeden Fall erstmal unter 45. Ist etwa unser Gleis besetzt? Das wäre jetzt doof, da müssen wir kurzfristig das Gleis ändern. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir stehen geblieben sind. Das ist grün, wahrscheinlich doch nicht unser Gleis besetzt. Wir bleiben trotzdem bei 40. Hier auf der Brücke kann man natürlich nicht. So, dann machen wir noch mal ganz kurz ein Pfötigen. Das sieht doch wunderschön aus. Ach geil. Ach, sieht euch das an. Wunderschön. Wunderschön. So, ich glaube mit 40 Mal war nichts verkehrt. Dann fahren wir geschmeidig in den Bahnhof ein. Die Skyline, sehr nice. Etwas verspätet. Aber wir sind im Folger schon etwas verspätet losgekommen. Dann haben wir noch die kleine GSM-Störung. Das sind dann halt so Sachen, die ein wenig dazu beitragen, dass man hier ein paar Minuten verspätet ankommt. Aber ich denke, das ist jetzt noch im Rahmen. 3, 4, 5 Minuten wird sich leider verspäten. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Minuten. 1, 4, 5 Minuten. so 30 dann fahren wir gleich 11 das seht mal eine doppeltraktion 218 wartet auf ihren einsatz sehr schön sehr sehr schön IC E721 hat Einfahrt in Frankfurt am Main Hauptbahnhof so, dann öffnen wir die Türen die 218 stehen da immer noch ich dachte, die hätten schon losgefahren aber okay, dann stehen die da halt noch so, eine Stunde glatt ich habe doch gesagt, dass ungefähr eine Stunde passt schon so, das war unsere Fahrt mit dem IC1 Steuerwagen IC1 Expert Steuerwagen von Fulda bis hierher nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof haben wir die komplette Strecke gefahren mit einem der wundervollsten Züge, die hier beim TSW zu finden sind finde ich zumindest ach guck mal, da steht auch noch ein IC1 also die fahren ja als KI-Zug auf jeden Fall rum warum kann man den dann nicht offiziell im Fahrplan auswählen naja egal lassen wir das machen hier noch die Türen auf und dann würde ich sagen war es das auch wir sind sogar richtig rumgefahren also Steuerbank voraus ist der KI-Zug nämlich auch das seht mal haben wir alles richtig gemacht das ist doch sehr schön so, dann machen wir hier die Türen noch los hier ist es soweit und dann würde ich sagen haben wir das so soweit ganz gut hinbekommen bis auf die kleine GSM-Störung war alles soweit störungsfrei das freut mich sowieso wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn nicht macht wie immer gar nichts passt auf euch auf habt noch eine schöne Woche ein schönes Wochenende wie gesagt denkt an den Livestream morgen 20.45 Freitag der 13.09.2014 24 20.45 Livestream zum Release von TSW5 Samstag ist Tour in Ulm freut euch drauf ich wünsche euch wie gesagt noch eine wunderschöne Zeit bleibt gesund bleibt mir treu bis zum nächsten Mal euer Dennis Peters haut rein ciao servus und tschüss